So, wir stellen uns heute eine vegetarische Mayonnaise her, sprich ohne Ei. Hat den riesen Vorteil, dass man die Mayonnaise circa drei bis vier Wochen im Kühlschrank, im Schraubglas aufbewahren kann, was ja bei der frischen Mayonnaise nicht der Fall ist. So, dazu brauchen wir einen Pürierstab, ein bisschen Milch und jetzt gebe ich so ganz langsam tropfenweise das Öl dazu. Ich gebe das meistens auf den Pürierstab oben rein. So, durch den Pürierstab unten lassen, jetzt nicht irgendwie nach oben und unten bewegen, weil wir wollen ja keinen Schaum haben, sondern wollen ja eine schöne Emulsion haben. So, und die kann man dann tatsächlich auch hören, dass die dann irgendwann beginnt dick zu werden. So, jetzt haben wir quasi so eine Emulsion, quasi die Milch und das Fett haben sich miteinander verbunden. Und das schmeckt jetzt überhaupt nicht. Das schmeckt wirklich überhaupt nicht. Also jetzt müssen wirklich Gewürze hier rein. Wir müssen hier ein bisschen Pfeffer reinmachen. Dann auch anständig Salz rein. Und dann für die Farbe und ein bisschen für den Geschmack, Löffel hatte ich schon drin, geben wir hier so ein bisschen Senf dazu. Und noch eine Prise Zucker. Und dann auch noch für den Geschmack, insofern meine Flasche aufgeht, super, geben wir so einen kleinen Schluck Essig dazu. Ich habe jetzt ein Kräuteressig dazu genommen. So, und dann berühren wir uns das hier schön und dann haben wir so eine richtig schöne Mayonnaise. Und wenn man das niemandem verrät, dass man die ohne Ei hergestellt hat, merkt man eigentlich fast keinen Unterschied. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte. Die Zutaten sind meistens zu Hause. Kann man schnell eine Mayonnaise machen. Brauchen wir nicht dieses fertige Zeug aus dem Glas nehmen, was uns da die Industrie vorgaukelt, sondern hat aus frischen Zutaten. Hm, die Mega-Mayonnaise. Die Kinder ganz lieben so Pommes, die Mayonnaise. Die essen nie wieder andere Mayonnaise. So, und diese Mayonnaise nehmen wir natürlich heute für unser Pulled-Bananen-Sandwich.